So Leute, Herzlich Willkommen, hier geht's jetzt endlich mal los mit Trouble Terrorist Town zusammen mit Link, Liara und Vikun und Grudon ist gleich noch am joinen, der ist dann auch gleich da. Super, wer bist du denn, Alter? Was bist du denn? Luba-Bläschen! Poyo! Luba-Bläschen! Hallo Poyo! Ah, die geile Manu! Hallo Poyo, hallo Poyo! Tschüss! Poyo! Das wird sehr lustig. Hi Rikun! Hi Rikun! Hi Rikun! Hi Rikun! Hi Rikun! An dich, an dich, an dich, an dich, an dich! Was soll denn der Scheiß? Was für's? Ich hab gar nichts ge... Bist du komplett gehindert? Nein, 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 nicht, 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 nicht! Die hat mir das gemacht! Die hat mich mit dem abgeschissen! Geil! Abgesch... Finde ich ruhig? Ja, du ist es... Nee, dir war es Link! Nein, weil ich gerade die Jahre ein bisschen tot sehe! Hey Link, hey Link, was geht? Hey, hey Link. Hey, hey Link. Hey, hey, hey Link. Ich hab' keine Mundi mehr, das zählt nicht. Manu! Hä? Alles klar. Wer war's denn jetzt? Die haben vielleicht Probleme. Ich war Tracer, habe die Runde gesendet. Oh mein Gott. Aber, weil Q, ich war's wirklich zu 1000% nicht. Ich hatte eine Shotgun in der Hand. Willst du mich eigentlich pflanzen? Du hast mir ein Feuer der Schöne in die Fresse geschossen. Na, hab' ich nicht! Ich habe einen Schuss abgegeben, und das war an der Gank im Zupairing. Wer ist denn dieser Run-Maß, oh Tome? Nicht auf die draufschießen. Grudon, Grudon ist endlich da. Geil. Hä? Alles netter Run-Maß. Achso, alles klar. Jekon, stopp, bevor wir loslegen. Drücke F10, öffne die Konsole und gib ein Player Model Selector. Unterstrich Selector. Da kannst du deinen Charakter ändern, was wir jetzt ganz neu haben eben. Ist das Grudon gerade mit Vervorock? Das kann sein. Oh, geil. Das ist, endlich, endlich haben wir das geschafft, dass wir endlich Skins haben. Ja, richtig. Wollen Son Goku. Richtig, schau dich ein bisschen um. Ja, Son Goku. Ja. Geil, oder? Oh, Vegeta. Ja, ich bin das Böse. Vegeta. Ist geil, ne? Ja, Mann, ich liebe Vegeta. Wir haben endlich Skins. Ich will jetzt Böse sein. Und auf F1 haben wir einen Third-Person-Modus. Die kann ich bestätigen, einfach nur auswählen. Ja, auswählen übrigens und dann apply und dann schließen wir. Apply, apply, keine Ahnung. Wie siehst du auf Liara? Nö. Nö. Und wenn du in die Konsole... Wenn du in die Konsole ttt-act eingibst, da kannst du tanzen. Äh, muss ich nicht. Aber ich tanze für dich. Du kannst Zombie tanzen. Ich bin Vegeta. Ich bin Vegeta. Ich tanze für dich. Galeco. Oh, guck. Oh. Gefällt dir das? Gefällt dir das? Krügel dich gleich. Sau geiler. Wieso habe ich jetzt die Ansicht eigentlich? Ich will eine andere Ansicht. F1. Ach so. Wir können mit F1 jetzt die Sicht ändern. Auch ganz neu. Geil. Geil oder richtig geil? Ego Ansicht. Dann habe ich ganz neue Ego Ansicht. Genau. Ego Ansicht ist ganz neu. Hey, 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 hey. Hallihopa. 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 Was war das denn Link? Das war meine Waffe, die ich nicht ausrüsten wollte. Hallihopa. Hallihopa. wie geht es hier auch leute ganz ehrlich ganz ehrlich einfach schön was war das wer war das was war das war nicht verarschen hey geil der chillt hier richtig gut rum wie du tanzt nicht soll man mal tanzen wie geht es noch mehr was kann man f10 und dann ttt unterstrich a c t also act und lag da so ein bisschen in der gegend rum dann einfach schließen dann hast du so ein was ist hier los hier ist ganz schön viel los ttt ist los richtig blöde wir haben auch noch ein ja die menschen hat jetzt als ehrlich das gäbe noch nicht noch nicht übernehmen sie wieder neue dabei die mir erst mal einführen müssen ich habe ja so lange gebraucht was ist das gebraucht ich weiß es was soll das wieso bist du nicht verletzt wieso bin ich der verletzt bin ich verletzt ich habe mich jetzt abgebildet habe ich keine waffen wird die ich in meiner hand habe warum ist er verletzt und die man auch hier auf jeden Fall ich höre noch mal auch laffi und laffi hallo Luffy 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 Rufus Hi Na bei Cun Na bei Cun Gibt es überhaupt mehr Waffen ich finde keine Na lebt Crudon eigentlich noch Beides Ja da läuft wieder später Geil Läuft da wieder in Crudon rum und tanzt Na ma wie geht das schief wieder hier wir folgen das böse das aber die figur ist eigentlich am besten was du gewählt hast das ist am wenigsten hitmark oder ich muss wieder raus können der ist zu klein mit der war sogar im boden versuchen das geht einfach nicht ich möchte nur ganz kurz sie sind gerade in der hintersten ecke bei ja genau hey was soll das was soll das was soll das hier das problem ist bloß ich kann selbst wenn ich will niemanden so will ich töten weil ich nur die verdammte ich habe auch nur die sniper ist ein bisschen problematisch ich habe die sg 200 irgendwas hier habe ich vorher auch gefunden aber wer gibt die gefühlt auch nicht wer blutet hier wer schießt hier was geht hier ab und es geht warum schießt ihr jung heran alter kruder was ist das für ein skelett das bin ich beim essen das bin ich beim fressen warum bist du verletzt komm mal her warum bist du verletzt ist jahre jetzt grudeln das ist sehr irritierend alle ja ist sie ein schneemann oder 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 ist es schon wieder beidachten ist denn schon wieder hoch ja tadeus hat es gesehen hat schon waren fertig ende aus ich war alle meine gute waffen wie geht das schon überleben guten waffen aber auch hallo grudeln 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 lena hallo lena es gibt ttt und zwar mit wie kunde bis an der roten dose vorbei lena hallo und wir haben da kein markt wie geht das tanzen noch mal f10 richtig ttt wir haben hier so ein paar kann ich nicht rein aber danke ach komm schon leck mich doch ja lieber nicht ich wollte es mal ausprobieren und gucken was passiert wo ist joker alter der arm ah wir haben auch rock raymond cool oh joker ägyptus maximus richtig oh looky cool joker guck mal hier ist ein von mikage hallo tokoyami so ich bin für oh man da habe ich traiter und habe kacke gebaut schade eigentlich auch ja natürlich link kacke zelda's geht musste ja sein zelda's geht heute bin ich mal gern ich bin auf der makoto zeichnen wie schon gesagt ich muss nur überlegen wie ich es mache hast du zufällig einen lieblingsdruck man lena Baum Baum alter und Mugelbaum ja Mugelbaum Kartoffelbaum ist es dann Mugelbaum in Skalarform? Kartoffelbaum? na schön lauchzelot 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 was ist das? die warte wird von Correnta genau warte wird von Correnta das habe ich ja noch nie gehört tja dann hör mal hin ich habe das jetzt vor ein paar tagen rausgekommen ja vor gestern oder so ja gestern ja auch schön ach bin jetzt sogar joker sehe ich gerade auch schön genießt die musik meine herren ich hab noch keine waffe ja leider ne die will ich nicht hier in der müde gibt es Waffen noch ja hier auch wer kennt es nicht denn in der müde sind Waffen das ist das ganz normal genau so wie in der kirche oh gott hör mir auf du irgendwas ist anders da irgendwas ist hier anders da ich weiß was das ist Layout warte wie klar ist er hallo das hast und rechts hast du den Chat und da drüber hast du auch Aua Alter was war denn das wer war denn das wo ich bin wo da gefallen ich bin in die volle Eko was ich hab gesehen dass du das gerade kaputt gemacht hast die Treppe wie sollst du voll nicht das ist einfach nur schön wie willst du das sehen alter ich stand direkt neben dir das Treffen ich stand direkt neben dir das Treffen Ekoon war auch neben dir hä ich komm ja nicht mehr raus das ist der Schwerbe doch natürlich der war da hinten im Friedhof der könnte es genau so triggern du warst immer hoffentlich lieber hier natürlich also momentan ist es so gewollt mit dem Layout aber ich hab noch geplant einen wirklichen Rahmen darum zu machen wer ist gestorben wer ist gestorben wer ist gestorben ich wie du wieso redest du dann bist du dumm ist Liara ist Liara tot tot ich hab das Gefühl schon ok Liara ist glaube ich runtergefahren irgendwo warte 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 wo ist die Leiche das war irgendwo hier das war irgendwo hier das war irgendwo hier ja das ist richtig wo ist dann ihre Leiche wo ist dann ihre Leiche wo ist dann ihre Leiche wo ist sie wo ist sie Lieblingspokémon Janachtara Janachtara gibt's auch nein nach Tara ne ich mein grad nur wegen nach Tara weil ich werde Lena ja ein Bild zeichnen weil so allgemein alle möglichen Pokémon also Gruner ist der Todsache schon selber gesagt das kann doch gar nicht sein wo sind die dann die müssen ja irgendwo liegen also ich weiß vielleicht sind sie im Brunnen runtergefallen ich weiß nicht hä der Stein ist grad runtergefallen auf mich wo ist denn irgendwer ah kann man da auch hochgehen wer geht jetzt da soll spielen hey hey ich sterbe ich sterbe ich sterbe hey wer war das das war das Zliara in dem Fall sie ist tot wo ist Krudern dann ich weiß es nicht die Kuhn ja ok alter ich hab Schaden genommen was geht hier bitte macht mich nicht alles nervös nachdem sie ja ähm wo seid ihr ach das ist gekocht oh alter hast du jemanden liegen sehen wenigstens schon das ist ja nicht der kann doch gar nicht sein also hier hinten war der Schrei dann musst du doch hier irgendwo liegen ich dachte eigentlich in der Richtung ok keine Ahnung hey wieso geht es da nicht rauf hm was die Dichte ich glaub da wo du grad rauf wolltest war mal der Felsbrock ne das ist ein bisschen einartig wie sind die anderen zwei ich weiß es nicht das ist echt merkwürdig gerade ja er kann sogar da raufklettern wow wie cool ist das denn hier war vielleicht beim Friedhof da war ich gerade echt bin ich schon wieder so doof ok beim Friedhof ist dann scheinbar keiner weil ich bin hier grad dreimal rumgelaufen und hab niemanden gefunden außer Gekko und Seikun das gibt's doch gar nicht ist doch voll unlogisch die müssen doch irgendwo sein alter das gibt's ne ist aber schon ziemlich groß die Map es geht ja die ist echt groß zu groß ist die Milch also die Etagen hat sie größer sie ist halt nur offen bei Keun ist da so verletzt sie ich gerade ey das gibt was sind hey cool ist halt auch nirgends das ergibt doch gar keinen Sinn man jetzt sind die aber irgendwo runtergefallen oder Alter bin ich ja gerade erschrocken ich dachte da hätte sich jemand versteckt oder out of map out of map aber wie wie sollen sie das wieder hinkriegen ja ok Liara kriegt alles hin Liara nicht gestern sogar erst in out of map ey vorgestern war das gestern oder nicht ich sterbe ey 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 was ist das denn schon wie cool Link Link das ergibt doch keinen Sinn alter wie soll das sein tendenziell eventuell sehr merkwürdig ich glaube es ist Gecko ich glaube es ist Grudon ja es ist eindeutig Grudon der ist jetzt ne Kartoffel haben wir Kartoffelgranaten? Kartoffel natürlich war es Gecko lol war die Zeit um ich hase mich aha du hast mir gerade die Wörter geklaut ich hab doch gesehen wie ich direkt neben dir die Kreppe kaputt gemacht hast Gecko was ist jetzt mit Grudon passiert? ich bin in die Falle gefallen du sagst so ich bin in der Falle gefallen hallo ich sterbe gleich und ihr fragt so ja wie ist Liara gefallen in der Falle aah was ist jetzt mit Grudon passiert? ja ich war weg wie du warst weg ja ich war halt einfach nicht mehr da hä hä wie? wie soll das gehen Alter der hat uns bestimmt verarscht der hat sich bestimmt irgendwo hingekämmt nein nein nicht es gibt keinen Sinn wo warst du ich hab dir nichts getan ich hab dir gar nichts getan ja du nicht ich ich soll ich jemals Träger sein merkwürdige Sache du bist mein erstes Ziemelnfreund jajajaja schade dass ich den nicht mehr gesehen habe schade vor allem wie Gicko mich auch einfach mit diesem Felsbrocken erwischen wollte ja und ich hab wie Kun tatsächlich an der oberen Falle erwischt welcher denn? ja da gibt's doch noch so eine Falle da oben oh nein so an der Plattform oben ja ich hab's bemerkt ja ne? hast du bemerkt oder? bist du gut geflogen? ja hallöchen shadow hello shadow 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 wow 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 und der Leon ist da grüß dich Leon grüß dich war ein guter immer noch nicht ja vielleicht bin ich gestorben hey 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 was soll'n der für ein scheiß sein ja wahrscheinlich irgendwie was soll der für ein scheiß sein was? was war das? das mach ich lieber nicht ciao Bella ja es war eigentlich ne gute Runde wenn mir die Zeit nicht abgehauen WC gell? wenn mir die Zeit nicht ffff das ist schade 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 Link schade das ging jemand gar nicht so weit auseinander ja wahrscheinlich ne leider eben nicht mehr ne leider nicht mehr ich hab mich durch die Gegend geblinkt aber ich hab dich nicht mehr gesehen uch Entschuldigung schade eigentlich oh mann das ist so schön das ist wunderschön gell? ja ich bin auch das ist wunderschön wie cool ist das am schönsten? ja richtig ja richtig Kartoffeln richtig Kartoffeln das bin ja ich das bin ja ich mindestens dreimal hinterm Mond links ja richtig das steht ja auf meinem Namen drauf richtig das steht so auf meinem Ausweis ja ich kann immer noch nicht sprayen ja auch übrigens aber ich konnte nicht reden weil ich tot war wie wieso warst du tot? wie du kannst nicht Drecko halt einfach die Klappe hä 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 warum warst du verletzt? warum bist du gestorben? ja eben bist du gestorben ja wieso wieso bist du verletzt? wie gut wieso bist du verletzt? ich bin runtergefallen mann ja Liara warum Liara nein Link hm aber warum sonst hätt ich Karma auf dich oder Rompel nein lass Karma auf dich spiel doch Karma is a bitch Karma is a bitch Karma is a bitch er stimmt halt auch wieso ist das ein Strand? wieso ist Karma an Strand? ich heiße so ich heiße so heihe heißen sie so ja Männer jetzt halt dein Maul Lena sag nur grad so Männer ja heiheh heiheh ah heiheh so so meine Lieben wie schauts bei euch aus? wo seids ihr? weg ah diese scheiße Wingser verletzt mich dauernd ich mach Zeit nicht bei Kuhn ähm warum ist Grudon fast tot? weil das kann weil das kann richtig jetzt ist Grudon tot heiheh Link Gekko wieso ist der tot? wo ist der Gekko? Gekko er wurde Link 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 ich hab grad den Körper gefunden Link geh weg der wurde ich hab abgesniped geh weg geh es ist Grudon ey Grudon es ist bei Kuhn wieso wieso bin's ich? Leute hallo? äh Aua ich find's schön dass du ihn abgesniped hast ich wurde grad auch abgesniped jetzt sag ich dir irgendwo steht jemand oben und snipe grad Leute ab weil eine Rifle ist eigentlich ein Snipergewehr oder? ich hätt am Anfang die M16 das wisst ihr Autsch ich bin abgesniped ich hab nen Shotgun also ich bin's nicht dann ist es der Gekko schaut mal beim Friedhof hinten ich glaub bei der Mühle oben ist jemand okay in der Mitte wurde doch gerade laut geschrien ich wurde grad von irgendwas abgesniped also ich das dachten ja, ich auch oh, hi, 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 hi ich komm grad vom Friedhof ich komm grad vom Friedhof ja lassst du mich in Ruhe ja, ich lasse dich in Ruhe wenn du mich in Ruhe lässt ja ich lass dich in Ruhe sehr schön der snipe da rum Das ist sehr unsichtbar, deswegen... Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist es unsichtbar, das könnte sein, ja. Ähm. Das... Link, was tust du da hinten? Aufpasst, dass mich niemand absnipet. Aua! Viara ist gestorben, also es war Qn. Wie hast du mich erwischt? Ich hab dich nicht erwischt. Alter, was ist denn der Scheiße? Was ist denn das? Ich tanz nie wieder für dich, wie cool. Also bei Karma muss man die Greyman denken. Ich muss bei Karma leider aus den, aus Cinderella... Ich hab nicht mal Traitor-Waffen benutzt, Alter. Nee, du hast nie von Traitor-Waffen benutzt. So ein Idiot. Viara? Ich glaub, das war... So ein Arsch. Aber Gekko, das war jetzt geil von dir. Steht da, schaut mich an, du tot. Ja, weil du... Böder bist! Ich wollte für dich tanzen, du Sau, Alter. Nie wieder. Du hast genug getanzt für mich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Auf der Gamescom. Tanze auf dir, mein Freund. Ich tue mal! Ich tue auch gleich auf dir rum. Wä? Ja, nee, richtig schön. Was willst du eigentlich? Verschuldet. Wir sollten lieb sein und noch mal genau definieren, ja. Sollte man. Oh, das bin ja eh. Ach, schön. Schön, dass es geklappt hat. Auch bei so vielen Leuten. Los, zeig ihm die Macht der langen grünen Dinger. Oh, das werde ich. Ja, aber es muss jetzt gut laufen. Das werde ich, Eisel. Oh, ich mach dir noch mal. Ich werde dir mein langes grünes Ding richtig hart spüren lassen. Oh, geil. Ich muss ehrlich gesagt, bei Karma normalerweise immer erst an Assassination Classroom denken. Was muss ich noch mal eingeben bei, ähm, 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 äh, Tanzen? Nee, nicht tanzen. Ähm, Player Model Selector. Player Model Selector. Was? Mit Mund. Mit, was? Mit dem Mund? Was? Mit dem Mund? Mit dem Mund. Ja, mit dem Mund. Richtig. Das geht nur mit dem Mund, Alter. Das funktioniert jetzt nicht. Ich verzauber euch alle. Ist ja zauberhaft. Ah. Yay. Oh, bist du denn? Ich muss fliegen. Was ist der? Wingardium Leviosa. Oh mein Gott. Es heißt nicht Leviosa, sondern Leviosa. Leviosa. Und, du bist starb, starb, starb. Bruder, warum bist du verletzt? Stop, stop. Ich hab gefurzt. Stop, stop. Ich hab gefurzt. Du gefurzt. Der verletzt sich als immer wieder gefurzt. Die geht's einfach so? Ja. Die gibt's einfach so. Nee, die geht's nicht so, he? Stop, stop, stop. Alter, das wär mega. Ist was? Wie, du da sneaks, wie das aussieht? Hey, du liegst am Boden direkt. Ja, ich nicht. Doch. Nimm, Raffa, Mann. Nimm, Raffa. Ja, richtig. Nimm. Alter. Das ist jetzt Harry Potter. Jura. Ja, voll geil, oder? Jünger. Gott, Harry Potter mit Waffen sieht so verstörend. Falsche Kindheit, falsche Kindheit. Was? Irgendwie, falsche Kindheit. Was du meinst? Ja, ich feiere die Mütze auch, als sie die super nett sind. Aha. Du bist jetzt da gesessen, hast gedacht, wie man sieht dich und was im Traitor-Shop. Richtig. Deine Ohren sieht man, mein Freund. Also, du bist jetzt gerade hart auf meiner Liste, das weißt du schon, gell? Wer? Du. Achso. Das ist ein Fehlerhähchen. Komm mal her. Dass du das lachen, das ist schon verdächtigt. Du gehst jetzt einfach raus. Aber richtig hart. Du gehst jetzt einfach raus. Aber richtig hart. Du gehst raus. Du gehst raus. Hier, hier hin. Dass sich jeder sehen kann. Jeder kann dich sehen. Richtig. Wer ist gestorben? Link ist tot. Link ist tot. Link ist tot. Da kann es aber Grunau nicht sein. Richtig. Nicht? Es tut mir leid, mein Häschen. Komm, gib mir deinen Schnüffel. Schwanz. Gern. Es tut mir leid. Vielleicht war es die Prinzessin. Geh weg, Prinzessin. Hier komme ich das Spiel aus Steam. Ja, richtig. Schieß, 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 Prinzessin. Schieß. Nicht zu mir. Schieß. Schieß. Sie ist unsichtbar. Sie ist unsichtbar. Okay, alles klar. Sie ist unsichtbar. Wunderbar. Das ist böse, nicht Garnendorf. Ich habe es doch gewusst, Garnendorf ist der Wut. Ja, eben. Ist immer so. Wer zum Glück bin, ja, Bies. Wo ist sie jetzt hin, Alter? Vergessen. Schade, dass es keinen Garnendorf gibt. Das wäre cool. Ihr standet da zu zweit. Wieso habt ihr sie nicht einfacher schossen? Zuerst wusste ich es nicht. Dann macht sie sich unsichtbar, aber war sie weg. Ich war einfach schießen. Einfach schießen. Sie ist ja dann noch in der Nähe. Sie teleportiert sich ja nicht weg oder so. Sie ist auf der Mühle. Sie ist auf der Mühle. Sie ist auf der Mühle. In der Mühle. Auf der Mühle. Ich habe genau diese Dings ja geschossen. Diese Stelle, aber sie war ja dann weg. Nicht, oder? Dann war ja auf einmal Balkon im Weg. Hey, was soll das für ein Scheiß heißen, ha? Später hätte ich dich sonst angeschossen. Oh nein. Oh Gott, was passt denn? Gecko war auch noch da im Spiel. Gecko war auch noch da im Spiel. Ich rede doch, du Sau. Was ist los, Alter? Weil Q und ich habe dich aber nicht getroffen, oder? Nee, nicht. Hey, Q und du den ganzen Waffen weg. Was ist da los? Was ist da gespürt? Oh Mann, aber es ist halt einfach... Wir sind halt so viele und es ist halt so wenig Zeit. Es ist halt einfach... Ja, die Zeit, das habe ich vorhin auch schon bemerkt. Ich war echt vorhin, hatte ich noch bei 30 Sekunden. Das war schon... Hablägt. Ja, ist halt ein bisschen knifflig jetzt, ne? Ja, das Ding ist, ich habe jetzt nur noch frei hablägt. Aber so... Ja, es ist ein bisschen mehr Druck dahinter. Richtig, so muss das. Genau, ich bin nahe immer am Druck dahinter. Weil ich merke halt auch einfach, dass ich mir immer viel zu viel Zeit lasse. Dann spritzt das Blut so sehr. Ich meine, ich könnte eine Minute dazutun, aber mehr halt auch gar nicht. Nee, also maximal wirklich nur noch eine Minute. Ja, Maximum. Hier würde ich doch die Geraden haben. Bitte nicht so oft eure Skinjacken, das verwirrt schon hart, ne? Stopp, stopp, stopp. Ja, aber das ist doch lustig. Der ist Turm oben. Wer ist beim Turm oben, der gerade eine Waffe weggeschmissen hat. Wenn du die Waffe weggeschmeißt, ist er Traitor. Genau, klar. Ist das immer so klein? Äh, Zelda ist hier gerade am Snipern. Ja, das ist der Traitor. Ich sag's euch, das ist der Traitor. Und wer ist das? Ich? Ja, dann bist du Traitor, Vikun. Nein, ich bin doch nicht Traitor. Dann bist du Traitor. Wieso bin ich denn jetzt Traitor? Weil ich hier oben stehe und ich bin schüttel. Dann bist du definitiv Traitor. Der schaut so falsch aus, Zelda mit einer Snipergewehr. Ja, das schaut so falsch aus. Äh. Gecko? Ich war's nicht. Ich war's auch nicht. Ich war das nicht. Was willst du? Ja, ja, das kann man ja immer sagen. Link? Och, ne, come on, Leute. Ihr seid doch alle scheiße. Echt? Ja, zum Glück ich nicht. Ich will kein Bier, jetzt lass mich... Ich wusste es eigentlich, als ich Gecko da oben bin habe, und dachte, der kann's doch nur sein, wenn der gerade da rumzieht. Ich war's aber nicht. Da steht Krudernwass. Das ist nicht Krudernwass? Ja, Krudernwass. Komm, ihr wollt es einfach bloß sehen lassen, als hätte ich mir da oben rum und mich zerschen, ey. Ne, der hat mich abgeböllert. Ich habe noch nicht mal was gemacht. Aber warte mal, Gecko, du warst doch derjenige, der mich getötet hat, oder nicht? Ich habe alle getötet. Baby, wait. Ja, wie war das mit der Regel? Gecko, wie war das mit der Regel? Ich sollte das von Kieselchen machen. Viele Grüße von Kieselchen. Ah, ja. Kieselchen? Sie hat gesagt, ich soll mal in einer Runde alle töten. Ja, ja. Alles klar. Schwesterherz? Das ist so toll. Wir haben noch Dinge zu bringen. Ah, schön. Oh, Mann. Ihr seid jetzt drauf. Alles G-Map, cool. Hey, Müsse. Was ist das, ey? Du bist so oft, misst Handel? Richtig, Gecko läuft amok ein bisschen. Gecko ist so ein Celery, ey. Ja, richtig. Ach, wie schön. Das Schloss von Windwecker ist so schön. Und man kann ja noch Farben machen. Zelda drückt ein bisschen Farbe ins Spiel. Genau, geh mal zum Triforce. Und dann kommt Farbe ins Spiel. Und man kann unten in den Saal, wo das Master-Schwert liegt. Ach, schön. Ab heute, der ist ja grau. Ja, es wird gleich bunt. Oh, bunt. Hey, wie cool, du kennst die Map eigentlich. Hier waren wir schon mal öfters. Hallo, 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 hallo. Wird da schon wieder gespielt? Nie wieder gespielt. Hey, 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 später. Das ist nur eine Begrüßung. Eine Bombenstimmung, oder wie? Ja, richtig, das habe ich auch immer. Alles klar, wie cool ist es. Was, wieso will es sich? Versucht. Blubberbäschen ist lustig. Gut, dass ich sicher bin. Noch eisig. Noch. Die war schon immer sicher. Seit gestern ist es immer die Begrüßung von mir. Ist gestorben? Ist gestorben oder habe ich immer dies runtergefallen? Wie ist gestorben? Die Bencher 5, Mike, gestorben. Die lebe man noch. Also, ich lebe noch. Ja, ich habe gerade ein tolles Geräusch gehört. Wie wirft man Waffen eigentlich weg? Anders. Mit Kuh. Ah, okay. Ich will nämlich diese blöde Sniper-Waffe nicht haben. Aber die ist eigentlich ganz nützlich. Wenn man nicht gerade geschnipert wird. Gibt es hier auch was anderes, was gerade ausgemammelt wird? Hallo? Mampfen. Oh. Oh, Gries. Das gefällt mir besser. Was? Das ist echt eine schöne... Gekko? Sehr, sehr schön. Hey. Gekko? Ich glaube, Gekko ist tot. Gekko ist tot. Wieso ist Gekko tot? Ja, ja. Was geht's? Achso, da bist du. Gekko wurde wiederbelebt vielleicht. Gekko wurde wiederbelebt vielleicht. Ach, come on, Leute. Jetzt seid ihr alle so still. Das geht ja gar nicht. Wir müssen das Spiel richtig spielen. Ich müsste mir auch mal Gery spawnen tun. Ich will eigentlich schon länger mal TTT zocken. Ja, Lena, tu das. Dann können wir beide mal zusammen mit Liara TTT zocken. Ja. Hallo, wer ist da? Grüß dich. Hi, ich bin's. Na, wie geht's? Grodon? Gekko? Ach, Leute. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. So, Puff und Puff und Puff. Hier ist alles so langweilig. Was ist los mit euch? Wo seid ihr? Das ist mega langweilig. Link. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Oh. Link, einmal Bier bitte, wenn man Ques isst. Was? Ja, halt dein Maul. Was wäre es was? Du bist gleich tot. Weißt du, was ich immer geliebt habe früher als Serie? Liara? Geh weg mit Tommy. Was? Nein. Geh. Oh, verdammt. Fick dich. Alter, so übel. Alter. Harry Potter war's. Schaut euch das Gesicht an. Schaut euch das Gesicht an. Können die Saugen üben? Das ist das Gesicht eines Mörders. Richtig. Richtig. Ich liebe es. Keine Ahnung, ich liebe es, Headshots zu verteilen. Bei einem Laufwurm. Hamm. Alter. Jetzt erst heute noch so ein Kielspiel und dann Leibach. Ja, das hättest du eigentlich bemerken sollen beim Queson. Echt so, echt so. Und ist beim Servus, ist alles abgehakt gewesen. Ja eben, was ist so los schon wieder? Ich hab's halt gemerkt, dass Link gestorben ist. Ach, sehr schön. Ach, hier seid's doch deppert. Ey, König. Mindestens dreimal. Die war schon immer schlau. So, auf geht's, Leute. Von vorne und von hinten. So, jetzt gibt's noch bei Farbe. Live und in Farbe. Richtig. Ach, Gott, Alter. Ist aber echt ne schöne Idee. Mindestens. Aber dann zu wechseln. Ja, ja. Ich weiß, wie ich schon. Ach so, aha. Jetzt bin ich schon bei Queson. Ja, klar. Ja, klar. Weil Queson bisher alle immer getötet hat. Ja, richtig. Ja, richtig. Richtig, Mewtwo. Richtig. So, Zelda macht jetzt... Lass mich deinen Schwanz schweifen. Schwummeln. Lecker. Lecker, Alter. Geißt heute mein Ei. Hallöchen, Jennifer. Hallo, Jennifer. Na? Auf drei. Eins, zwei, drei. Hallo, Jennifer. Hallo, Jennifer. Hallo, Jennifer. Hi, das bin ja ich. Das bin mindestens ich. Ja, richtig. Ja, richtig. Hey, hey. Ja, ja. Hey, Grudon. Hey, Grudon. Nein, nein, nein. Jetzt guck halt einmal. Schleich die. Na, jetzt guck halt einmal. Jetzt zippfeil, schleich die. Dreh die doch mal um, du dreckst auch. Na? Schleich die, du zippfeil. Schleich die. Fall. Ja, geh ich halt. Ich hab's halt nicht für dich. Du hättest mein Problem, oder? Ja, sicherlich nicht. Du hättest mir genannt. Ey, 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 ey. Er schießt auf mich. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ich hab ne Brandknaffe untergekommen. Hey, Nick, listen. Was willst du da, Geck? Würd ich auch, komm her? Komm her. Verzauber dich. Hm, 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 hm. I, da fang jetzt. Ja, ich hab's. Ich hab's zusammen hoch eingesetzt. Hm. Bist du jetzt total narrisch, oder was? Wer läuft da? Hallo Link, 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 Link. Wer läuft da? Hallo Brodan. Brodan und Link. Oh, hi. Servus. Hm, lauf mir nicht hinterher. Warum nicht? Es macht immer so viel Spaß. Ich hab ne Halle gegeben, Junge weg. Achso. Das ist Bluetooth, aber. Ist mir egal. Ist mir egal. Wee! Geh, Tannenbaum, äh, Link. Was denn? Link ist es. Wee, Alter, wee, das sind Bäume. Link ist es, Link ist es, hi Link, tschüss Link. Geh weg Link. Nicht, lauf nach! Oh, sehr schön. Aha. Wart alle fast, außer Liara. Alles klar. Ja? Die, die dafür. Ich wollte mir die Schweinerscheidung sagen. Ähm, das mit den Tanzen funzt bei mir nicht. Ich gebe TTT-Act ein und dann geht es nicht. ACT, ja? Eine Frage, Brodan, bist du zufällig am Baum gestoßen? Ja, es geht nicht, Act. Nein, ja. Dann kannst du uns schließen, dann müsste eigentlich so ein Tanzrad da sein. Müssen wir so ein Baum hinterher geschmissen. Ich habe TTT-Act. Ich habe TTT-Act am Baum gekriegt, aber du hast ja alles installiert, ne? Ja, eigentlich schon. Ach, jetzt hat... Ach, also. Tue ich mal lachen. Ja, lache. Das ist geil. Oh, mega. Cool. Ja, da weiß ich, wie es geht. Das ist lustig, ne? Ja. Es ist halt eine, die überlebt, die Liara, wegen einem HP. Oh. Was habe ich denn da gefunden? Ne Glock. Du bist und bleibst in den Jack. Ganz genau, Blubberchen. Wie viel Garry's Mord kostet 10 Euro? Alla, wer schiecht denn auf mich? Alla. Ja, ihr netz. Wollt ihr mich flachsen? Komm mal her. Ich will mich flachsen, oder was ist da wieder los? Alla, Brodan. Alla. Ja? Brodan, flachst mich nicht her. Ja. Hallo Liara. Hallo Liara. Brodan, schmeißt die Knarre weg. Geh weg. Ich schieße dich an, ich sag's dir. Was macht Pech denn? Scheiße. Mir hin herlaufen. Hallo Liara. Hey, hey, wer war das? Wer schießt du da ab? Ich. Wieso schießt du mich ab? Na, Schmarrn. Bist du dich gar nicht? Ich habe 52 Leben, nur noch. Wer schießt mich da ab? Komm mal her. Okay, wow. Das war natürlich ein Rudon. Brodan verfolgt mich. Brodan, ich schieße, wenn du noch mal verfolgt. Geck, was ist du weg? Nein, wirklich nicht. Ich hab Krodan auch im Verdächtnis. Im Verdächtnis, alle. Ich verscheiß mich jetzt. Hallo, wacun, 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 wacun. Vermächtnis. Für die Spannung. Ich bin jetzt ruhig, was du rüttkerts laufen kannst. Ja, hallöchen Vanessa. Willkommen bei den Rüttchen TTT. Willkommen. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Du hörst also nicht zurück. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Das ist geil, Leute, oder? Ja, Mann. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Alter. Dame. Alter. Ja, alles klar. Da hat jemand gerade versucht... Nicht schlecht. Nicht schlecht. Den würde ich echt so gerne auch mal mal sehen. Ich auch mal. Ich auch. Voll geil. Gronan läuft eine Pistole hinter mir her. Ja, ich weiß schon. Schieß mit der Pistole. In die Luft? Schieß. Schieß mit der Pistole. Ja. Mit der Pistole. In die Luft. In die Luft. Nach oben. Nein. Dann dürfen wir dich jetzt erschießen. Warum? Seid ihr behindert im Kopf? Ja. Ihr setzt doch nicht scheiße. Da ist er. Okay. Ist er tot? Hi. Ist er tot? Seid ihr behindert? Okay, war's nicht. War's nicht? Das ist echt... Das ist echt... Das ist echt umgebracht. Wie hat er liegt, Alter? Wie hat er liegt, Alter? Wie hat er liegt, Alter? Ja, Alter! Alter! Aber er ist mir ehrlich gesagt auch hinterher geraten. Ich hab einfach auf ihn geschossen. Er hat sich viel zu verdächtig verhalten jetzt einfach. Das ist halt ein bisschen dumm jetzt. Das kann ich euch ernst sein, Leute. Gecko, komm her. Bestrafung muss sein. Hä? Ich hab gar nichts gemacht! Was willst du jetzt eigentlich von mir? Ach, du warst es doch. Was willst du jetzt? Fikun, ich erschieß dich jetzt. Ich erschieß dich. Ja, dann komm mal her. Wo bist du denn? Komm her. Wenn du so reagierst, dann bist du es, Alter. Ja, genau. 100%ig. 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 Hi, Link. Hi. Hinter dir. Hinter dir ist er. Glaub ich. Ne, wer ist Harry? Doch, 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 doch. Vorsicht. Vorsicht. Hey, was macht's dir da? Spinnst du? Wieso schießt du auf mich? Warum brenne ich? Ja, warte. Ich mach's vor, warum du brennst. Oh, Mann. Jetzt hört's auf mich auf, mich abzuschießen. Er ist es. Er ist es. Der Gecko ist es. Fick dich auf. Ich bin es nicht, Alter. Ich bin es nicht. Autsch. Ja, natürlich wirst du's. Ich sag's dir doch. Das war so klar, du Spast, Alter. Ich hab grad auch abgedrückt. Du bist so ein Pisser. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Und da kommen meine Augen auf einmal. Seid ihr behindert, oder habt ihr mir dann... Ich hatte grad in dem Moment abgedrückt, mein... Alter. Rudon, das kommt davon, dass man halt sagt, ne, ich schieße nicht, weil dann macht man sich automatisch bedächtnisch. Ja, natürlich. Ich hab niemals geschossen. Rudon, übrigens, ich hab nie geschossen. Rudon, derjenige, der die ganzen HP abgezogen hat, war ich, als ich dich abgesnipet habe. Alter, ich hab dich grad im Visier und gerade eben abgedrückt. Du kleines Gönn. Ich bring dich um, Alter. Du bist abgeschossen. Du Gönn. Ich muss mich abschießen. Ich weiß, was ist, Alter. Das war so knapp, wie cool. So knapp. Wie schön. Das macht's wieder richtig schön. Ja, das ist schon krank. Rudon hat sich wirklich zu verdächtig gemacht. Das war echt hart verdächtig. Ja, ich hab gar nichts gemacht. Ja, du solltest mit der Pistole schießen, damit wir wissen... ...und kein Trader bist. Richtig. Willst du bitte mal Comment Multi eingeben? Ja, aber das ist doch scheißegal. Nicht wirklich. Wenn jemand die ganze Zeit nein sagt, dann wird er immer verdächtiger und immer verdächtiger. Dann muss er damit rechnen, erschossen zu werden. Oder man macht's viele Jahre und wird immer leiser und leiser. Oder ich mach mich einfach unsichtbar. Tschüss. Tschüss. Ja, das war gut. Das war sehr interessant. War vor allem so flupf weg. Tschüss. Hi. Hallo Link. Hallo. Linky, Linky, Linky Boy. Wie cool, Alter. Verpiss dich einfach. Mit deinem scheiß Mantel. Ich hab dir keinen Vertrauen mehr. Grodon, Grodon, schon mehr mit der Pistole. Weiß ich nicht. Schließt du mal bitte mit der Pistole? Nein. Klar. Oh, Grodon. Ist alles cool. Ist alles cool. Ja, ja. Dankeschön, Manu. Ich mein, Gewehre sind halt sowieso eigentlich... Warum hast du denn das Pistole? Die haben so wenig Kraft. Einfach. Nein, die... Die Dinger sind... Linky, ich vertrau dir jetzt einfach mal. Lass mich in Ruhe. Ich vertrau dir, Linky. Okay. Lass mal... Ich wusste es! Linky? Es ist Tobi. Hallo bei Cune. Bei Cune ist es. Aua. Was? Alter. Wir haben doch gesagt, ich war Cune Boss! Und nicht voll von da oben runter, ich Depp. Alter, nee. Ich spreche nicht so um, Alter. So viel Skill in einem Spieler. Danke, Leon. Sag's laut. Mirai, so! Geh zurück! Geh zu den anderen und Bams mit ins Chat rein. Du bist der erste, wenn ich wieder Traitor bin, Alter. du bist der erste wer ist dem dem ist ein österreichischer rapper der hat aber unglaublich sehr geile texte wirklich sehr gute texte ist der einzige habe ich nicht eigentlich hört auf deutsch er ist und bleibt der master danke echt ist was du was diese alles ist wenn du bist jetzt waren es meine meine danke für die bilder ist die kürze ich spreche schön ich bin hinter dir leute werden sich gegenseitig noch mal ein paar bilds danke danke vielen dank ich bin disconnected warum dienste deswegen nicht aber warum bin ich weil ich es so will jahre als jointed game ist jetzt wieder da ach so dass du es ja aber ich bin im speck ja ich bin im speck du bist ein arsch mann aber das musste jetzt raus ach das war jetzt einfach nur schön euch sterben zu sehen glaube ich es war schon super das war schon super was ist denn jetzt was ist jetzt passiert wieso ist das ja auch ich achso ja gut hätte ich eher still lehrer ist ja ok scheiße gut rauskristallisiert davon möchte ich aber mehr da sehen du kannst du gerne haben das ist so ein scheiß oh ja lass mal alle steve sein das ist richtig das ist sehr gut die hört mich wieder ne ja ja lass mal bitte alle auf den steve skin wechseln das ist ja eine minecraft map ok ach das bin ja ich oh gott was war das denn gerade ja sniper wir mal den kudern ab oh kudern scheiße alter ich habe ich habe ein skil der ist bei mir einfach so entschuldigt erraten kannst du mir sagen welcher der art ist der steve skin habe ich gefunden genau steve wie geht das jetzt doch mal ich kann mir das nicht merken leute du kannst auch mit dem falltasten in den chat einfach dann wird das was du das letzte angegeben hast was sollen wir sein steve von minecraft also einfach die minecraft figur ne sehr schön danke sehr gut wunderbar viel besser sehr schön tizi aber wenn ich die minecraft ich höre schießen ich höre ihn selber weil Q hat mich angeschossen ich habe mich selbst beim essen ja ich habe mich angeschossen bringt mich um ich will sterben bitte tu es bitte das kannst du haben komm her das kannst du haben alter hey und das was du mit mir gemacht hast da muss ich noch tausend mal traitor sein und dich so erledigen muss man das auch was willst du was willst du was willst du du wirst bei mir einmal glück gemacht hat jemand ne spitzsacke ich habe hier mal 100 schockler ab bis gleich liara liara ist grad nur 11k jaja bist im trader shop ich saß dir ich höre bienen bienen oh nein wo sind die bienen 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 wo sind die denn wasser hier ist viel wasser alter oh bienen 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 alter was machst du denn hier oh bist du behindert nein was wollen die bienen jetzt hier oh aha ouch die kack bienen was soll das wie viel leben hast du noch ich? 51 nein grudon wenig wie viel hast du noch wow 11 das ist eine klare aussage wie viel hast du noch wenig wenig ist das geil ich hab den pisser zweimal gehetched und mit der swiper was ist nur falsch mit dem spiel ja ich bin gut ich bin heute gut du hast jetzt einfach nicht drauf ja eben ganz ruhig ganz ruhig ich brauch nur einen schuss du hast heute einfach nicht drauf ok ich brauch nur einen schuss ich brauch auch gleich nur einen schuss oder einen ganz anderen schuss das war mein schmerzen und dann ist das weiße Ruhe oh geil man da bin ich nach 100 Jahren mal Trader und dann funktioniert wieder ja richtig nach 100 Jahren das ist so behindert ich will keine fenster frische luft ach das kannst du haben frische fett kann man ja zusammen frische fenster ich will frische fenster hier ist die hi ah da komm mal her nein gebläck einfach hä bist du behindert ja bin ich ja so schau es aus aus handen das richtig ha ob du unsichtbar bist das habe ich gefragt hä hä da ist ja schon jemand wo sind die Gegner ganz genau ja richtig da ist schon jemand tot wer ist denn tot ey wieso ist denn der tot das ist Liara oh Gott ey aber Liara war sowieso AFK das heißt wieder könnte sie umgebracht haben oh was wird da gespult alter ja vielleicht ist sie wird da gespult warte mal wurde ich jetzt Liara gestorben ich hab das nachgefunden wahrscheinlich wegen AFK ouch ich werde angeschossen von von einem Toaster alles klar wenn es schon wieder wie Kuhn ist alter dann raste ich aus was ist dann Grudon Fick dich Fick dich einfach ey 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 Fick dich einfach ich konnte nicht mehr schießen ich konnte nicht mehr schießen ich konnte nicht mehr schießen ich habe dich im Ding gehabt im Kreuz ja ja verdammt ja alter wie cool ey das hab ich nur gar nicht lesen ach was steht denn da was ist das für ein cheater warum ist es da 100 Millionen mal Traitor der traktor jetzt habe ich dich gekriegt jetzt habe ich dich erwischt jetzt war nur glück auf den kündigen das war richtig können ja ja können was willst du eigentlich jetzt hoch schwarzen druck der druck zu irgendwo anders die jahre die jahre mein gesicht ist afk ja ich bin schon längst wie es eigentlich die jahre der vorhin gestorben also ich hab sie nicht umgebracht brandgranate jahre was machst du da jahre naja jahre ist doch das habt ihr mit afk gemeint das habe jetzt schon besser verstanden ich habe immer gewusst was heißt ja aber nicht was sie sich bedeutet also ausgeschrieben musste ich nie richtig jetzt nicht jetzt das ist wie ich der jene gedachte dass alle leck mich am ohr schall ganz schwierig nein das heißt leck mich am organ es könnte halt echt sein dass die lehrer traiter ist ja das wird um dann soll sie mir einfach schießen also ich habe ich sie umbringen okay bringt einfach um okay lehrer ist tut mir leid aber letztendlich hat geschlagen okay ich weiß nicht ja ach war sie nicht traiter wieso hast du die waffel der hand in ttt schon klar ja da gibt es doch nur waffeln ich habe mir ja freunde 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 hey gecko was geht link und ich habe ab ja natürlich voll klar alles klar klar der boden oder bia hilfe ouch jetzt hat es ja ich habe schon schädel mindestens ok was war das kriegst auch noch mehr da wenn du willst hallo penis penis richtig aber dreimal ok der labert ok link labert auch warum schreist du so hä wieso bin ich ich bin es überhaupt nicht was laberst du jetzt wenn du schreist also hier ist gerade eine gestorben wer ist das ok wieso hast du ok ok gut und ist tot ok hey gecko geh weg ich bin schon weg ich bin schon weg ok ok gecko du bist das wenn ich diesmal sie bist du tot echt finde ich gut gut also ich schieße auf dich wenn ich dich sehe mach das dann schieße ich zurück ok gut ja ist gut ne find ich gut find ich echt gut wieso bist du echt wieder traiter ich bin nicht traiter ich bin nie traiter du bist aber traiter ja total schon ja eben aber ich bin nicht traiter jetzt nicht nein ob du behindert bist endlich das tut so gut endlich habe ich alle zerstört einfach ja auf mein tut ganz ganz bestand das soll es sein jemand wehrlosen zu erschießen ja das war ich nicht das war ich nicht das war ich nicht das war ich nicht deswegen muss ich dich erschießen das tut mir leid ja und vor allem hat er mir schon was wache gegeben ja richtig cool ist einfach mal in die luft gefurzt welche waffen hast du denn jetzt benutzt gecko die portgun wir haben einfach plätze getauscht mein freund voll gut mit linke habe ich dasselbe gemacht bei mir kannst du ja nur zum schluss einsetzen was machte sonst überhaupt keinen sinn wie gesagt mit link habe ich ja auch gemacht macht überhaupt keinen sinn da muss ja da muss der link nur auf seinen ort hinschauen da weiß ja wer wer traiter ist ich wusste ja aber du bist ja erstmal irritiert weil du ja plötzlich platz getauscht bist du geko ist es nicht einfach geko ist es sondern geko hat mich gar nicht geportet oder irgendwas damit ich sozusagen okay das kann ich nicht nur traiter machen die portal ist schon sinnvoll weil man erstmal komplett verwirrt ist du kannst du checkst es ja ja stimmt ja ja stimmt ich war jetzt auch verwirrt und bin ja eben da bist du einfach rückwärts bis runter gefallen das habe ich mit absicht gemacht ich bin natürlich an die höchste stelle um dich dann zu tauschen weil dann fällst du runter du bist ein ich arbeite so ein skill ja das ist das problem dein problem finde ich auch ja was willst du ich habe nur mein skin gewechselt ja wieso bist du verletzt dass wir die frage nicht gehört für zehn geckoschwänze sag ich dir während der nächsten runde traiter ist ne was das hätte ich auch gemacht das sollte ich doch sagen ich habe die geckoschwänze ja das sei sie verräter mir sagt aber nichts ich habe ja gesagt was los mit dir das schluss das schluss wow wieso bist du verletzt ich bin gerade drunter gefallen wieso bist du verletzt geil dann komm her ich peitsche dir mein geckoschwanz um die ohren ich mag das wenn einer grob ist ja ich sag dir ich peitsche dir mein geckoschwanz um die ohren das ist richtig toll boah geil kann man das dann essen nein aber lutschen oh lecker richtig lass mich mal extra extra lange haltbar extra lange und haltbar richtig wer steht denn da hinten wer steht denn da braucht der Kodon richtig wie cool du bist äh noch der lustige steve wenn du dein skin wechseln möchtest nein ich bin ja ich musst du nicht aber wenn du möchtest ich beobachte dich hallo ich bin nur ein bisschen wer ist gestorben Kodon 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 was seid ihr behindert also hätt ich nicht gesehen wie du Yara da grad erschossen warst ich hab's auch gesehen was hast du mit Peach erschossen ja willst du mich ja nicht verarschen warum nicht ahhhh hallelujah bist du behindert hallelujah ach schön einfach na ach es macht ehrlich viel spaß leute geil oh geil boah da gibt's hier einen Zorro ja ja richtig hier gibt's ganz vieles voll gut hier gibt's sogar mich voll gut komm ja Alter Azipirin was ich wollte ja schon mal auf der Gamescom so ne Figur kaufen vom Zorro kostet mal 80 Euro ja die Figuren auf der Gamescom waren echt teuer ja und die letzten zwei Stunden hab ich versucht die Pfeil zu drücken aber ein fucking Stuhl für 60 du Arsch 90 90 achso ok ok trotzdem alter 90 gekauft schon geil ne Glückwunsch dafür ist schon saugeil ja von 260 auf 90 geduldet das ist schon richtig gut ja am Anfang wollte da glaube ich 110 oder 100 ich glaub da hast du die Gekko schwarz ausgepackt hi da an Karius schön dass du da bist grüß dich hi ok ich guck noch mal ein bisschen nachher was zu essen guten hunger und lena ey was machst du denn da hinten was soll ich machen was machst du da so geht zuerst Bezahlung dann die Ware ich hab noch Harmonie aufgehoben hey wie was bezahlt du hast oh es klappt der eisy ok ich hab ja ne Waffe Alter Alter was gibt euch falsch wer ist denn da oben wer ist denn da oben geschossen da oben glaub ich ich muss wieder ein Horror Stream machen ach herrlich ja auch aber ohne Gekko also was geht bei euch Alter was geht bei euch dann kann ich gleich meinen neuen Account ausprobieren Alter mein Fahnenkreuz das hat einfach immer nicht gecko gecko hat Piano auf Rudon geschossen äh auf Weikio gemacht ok alles klar vollgas gsehn vollgas oder ja also gecko du hast mich nicht getroffen mit dem Piano echt nicht warum nicht bist du behindert ah ja bin ich hay trzy 혹시 wer ist denn da zuhör ich da gerade tch ich hab keine Waffe mehr das is ohneosten das is unfaire ich hab keine Waffe mehr das ISS UNF перв ich hab keinen m かle mehr ich hab keine money mehr alter lass mich drüber was machst du denn da ach so lopter Ich hab keine Muni mehr! Ich weiß nicht, warum machst du das? Hol doch die, was du willst! Boah, Bumarang! Scheiße, 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 scheiße! Nein! Doch! Fuck dich! Fick dich doch ins Knie! Yes! Boah! Boah, ist da noch ne Wasser? Ey, ich seh schon, du bist dich fies! Ich hab auch mal den Bumarang von Kettchen gehabt! Ahja, das passiert manchmal! Warte, du wart doch im Leben, Yara! Wie hast du mir nicht geholfen? Weil ich... Auch und gerade jetzt... Gerade jetzt in dieser ganzen Situation ist mein Stream weggebrochen, toll! Nein! Du kannst bei mir nachschauen und nachgehen! Ja, bei mir ist es auch! Warum sagt denn keiner was? Oh man, Leute! Ja, ich schau dir doch nicht zu, wenn ich... Ja, aber meine Zuschauer vielleicht... Das war zu genial! Oh man! Äh, hier, sonst keine Maffel! Personas sagt dir, wer Mörder ist, sagt Izi. Für fünf Personas... Das ist mir mein Shotgun-Cloud, wird's nicht verraten? Du hast mir geklaut, du hast dich doch ein Shotgun! Was willst'n du jetzt von mir? Ja! Nur weil Qt sich nen Stuhl für 90 kaufen durfte, darfst du dir kein Kleid kaufen, ne? Halb! Oh, ich kann so was tun! Ich hab auch dafür, äh, Schweiß und Blut zahlen müssen auch noch dafür, weil ich hab den Stuhl... Ich hab heute kein Auto da gehabt! Ich hab den Stuhl von der Gamescom bis Mitte Köln gefahren, mein Freund! Eineinhalb Stunden! Oha! Durch ganz Köln! Ja, mit meiner Hand! Krass! Ja, genau! So, ich bin da mal raus! Hast du das noch gegengerollt, oder was? Ja, dir auch! Ich hab's im Auto gerollt, ja? Ich hab's im Auto gerollt, ja? Ich hab's im Auto gerollt, eineinhalb Stunden lang! Ach komm! Science! Oh! Gecko, wo hast du eigentlich die Science-Dinger hingepackt? Ich hab sie vorher im Traitor-Shop gar nicht gefunden gehabt! Ich bin selber am Zocken, komm nachher wieder! Okay, Leon! Bis später! Ich muss mal nachher wieder gucken, wenn ich mal Traitor bin! Ich hab keine Waffe! Wo gibt's hier Waffen? Gecko, stell mal Waffen ein! Ja, genau so wie jetzt! Das ist ein Traitor-Raum, oder was? Nee, du kriegst keinen Deal, Aisy! Ich hab grad kein Internet mehr! Ich hab grad kein Internet mehr! Aber, aber... Mirai, so Deal! Mirai, du hast doch auch schon Persona... Nee, ich hab dir noch keinen Persona gegeben! Du hast noch keinen Persona, aber... Boah, das stimmt nicht! Du bist Sub, Mirai! Du hast Persona! Genau! Ich bin Persona vor allem! Ich hab auch einen Persona! Du bist Persona, ja! Du bist Persona! Ja, richtig! Du bist das Persona, Liara! Ja! Hallo Personal Peach! Ja! Personal Peach! Ich bin ja.. Ja! Super! Und was fragen Sie? Ich geh noch! Prodon? Ja! Weißt du nicht? nichts auch noch? Ja, ich leb auch noch! Die ich nehm noch! Ah, ne? will du sich über den Weg? Alter! Sind im Weg standen? Wer pop Belt da? Ich stehe da draußen und hier... Na oben! Weil ich habe ja kein Internet gerade. ach so ja wie kannst du damit ich kannst du dann mit uns callen ja gut dann lebe wohl oh mein gott das bin ja ich ja ich stehe wirklich ich bin echt inner sind ich bin wirklich immer sind kommen ja theoretisch futaba und ja das heißt du hast sogar zwei personen oder vier ich habe sogar 15 15 ich habe 30 ist das okay ja ist man geflogen und hat geko was war das was ich habe keine ahnung nein ich habe die jahre umgebracht habe es hat ungefähr zehn sekunden wieder hoch geflogen dann ist er da hinten gegen die wand geflogen keine ahnung nein warum ist jetzt durch die luft geflogen weil ich so heiße hier hat man ja glaube ich auch gesehen gehabt im stream also kann sie aber wir schauen was da passiert ist gerade geht es mit dem wieder gecko nein nein gar nicht mehr das ist kacke das ist echt kacke was sind da schon wieder los mit dir wahrscheinlich die internetanbieter wieder mal ja seit seite zu vodafone gehören sind ist alles scheiße vodafone ist ja ich war in die medie war beste aber jetzt können sie zu vodafone jetzt ist alles scheiße was kommt auch aufs gebiet irgendwie an trotzdem trotzdem das war wirklich wirklich seitdem hast du wieder umgebracht noch nicht nein nein aber ich habe mich selbst umgebracht jetzt wird sich umgebracht hat irgendwie mein mein hallo wird sich umgebracht die kurze der letzte wurde irgendwie selbst nicht ich versuche mein fahrten ok ich bring dich nicht um die nur vor dir ja ja ich glaube er ist die ganze zeit weiter ja ja ähm hi link hi wollen wir spielen was spielen wir denn mit dem bummerang hallo mein freund wie geht denn das ich möchte kein bier trinken und nein nicht alkohol es ist nicht auch gehen sie weg weg just go away and don't just go away that's fair not not Wow Wow Ach come on Scheiße Ähm Gecko Wie geht das jetzt bitte? Hä? Hä? Willst du mich verarschen? Nein Weil Kun bringt mich um, bringt alle anderen um Ja ich war auch Traitor Ja hä? 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 Ach ja, erste Wunder hatte ja mal nichts beendet Er hat sich respawned Richtig Das hab ich gelesen weil ich als erster gestorben bin Richtig Ich hab's auch gelesen Wie geht das? Es ist alles so ruhig und es ist voll gut Ja Gecko wie geht das? Ich bin als erster gestorben Ich bin übrigens als erster gestorben Hast du vor mir gestorben noch Kun? Habe ich dir die Show gestohlen Du Arsch Irgendwann Wenn die Jungs es am wenigsten erwarten Ich weiß Kun zuerst weggemacht Irgendwann wenn's die Jungs am wenigsten erwarten ist es Lena Ja Ja